Gestern Abend wurde noch ein bisschen gefeiert? Ja, ich bin ja nicht, ich bin eigentlich nicht so der Alkoholtrinker, weil es mir einfach nicht so wirklich schmeckt. Ich war wirklich betrunken, weil ich wirklich wie so durch so einen Nebeltunnel gelaufen bin, weil ich alles nicht fassen konnte. Aber ja, trunken halt einfach. Wie schön war es eben nochmal mit Isabel Wert, ihrer Trainerin, da gemeinsam wie er in Runde zu gehen. Sehr cool. Also ich habe das genossen. Ich wäre am liebsten noch eine Runde mehr geritten. Aber dann habe ich mir gedacht, ich reite jetzt lieber raus, das kommt irgendwie blöd. Und als letztes noch ganz kurz ein paar Worte zu den Einer wechseln. Ja, das ist unsere Schwäche. Also grundsätzlich die Wechsel, dass einfach die Wechsel an sich funktionieren. Der überhaspelt sich da ganz gerne mal. Der nimmt einfach, weil er so ehrgeizig ist und man ihn immer bremsen muss. Und es geht jetzt phasenweise schon besser, dass er einfach mehr wartet und man dadurch mehr in Ruhe die Wechsel hinkriegt und dann die Wechsel auch besser funktionieren. Heute hat er sich dann teilweise bei der zweiten Einer wechselt zu sehr zurückgenommen. Und dann war das so ziemlich unerwartet und wusste ich gar nicht, wie ich reagieren soll. Und bin dann einfach weitergeritten. Und ja, die Warn, glaube ich, nach zwei Metern hatten wir einen neuen Einer zu Ende. Was vermutlich niemand mehr schaffen würde. Und wir versuchen aber demnächst mal, das über ein paar Meter mehr zu schaffen.